ihr habt euren befehl befolgt und etwas über meinen weg erfahren ihr habt einen kleinen schritt gemacht jetzt müsst ihr euch entscheiden durch dieser rolle zu verschreiben und die bürde der befehlsgewalt zu tragen seid ihr dazu bereit ich bin bereit zuzuhören und zu lernen kommandantin dann seid ihr nicht länger eine rekrute alle werden